Guten Abend miteinander. Sei es um jemandem eine Freude zu machen oder sich lieber selbst damit zu verwöhnen, für jede Gelegenheit hat Arne die Schoggifabrik von Gobe eine süße Überraschung parat. Am Anfang der Schoggi steht die Kakaofrucht, die in den feuchtheissen Ländern von Südamerika und Afrika rund um den Äquator wächst und geerntet wird. Das weisse Fruchtfleisch enthalten Kakaobohnen, die nach einer strengen Eingangskontrolle zusammen mit Zucker, Milchpulver und weiteren Zutaten, je nach Sorten, von den Arne-Konfisseuren nach bewährten und traditionellen Verfahren zu den verschiedenen Arne-Spezialitäten verarbeitet werden. Auch Diabetiker dürfen übrigens Arne-Schoggi essen, weil verschiedene Sorten, wie z.B. Tarni-Chanduia, mit der zarten Mandelcreme-Füllung keinen Zucker enthalten. Gutes Fleisch, gesundes Gemüse, aromatische Pilze und exotische Gewürze, das alles hat es z.B. in den Fertiggerichten mit Le Menü von Gobe. Mit Le Menü sind feine, ausgewogene und servietfertige Gerichte für alle, die gerne abwechslungsreich und gut essen, aber nicht so gerne stundenlang in der Küche stehen. Auch die Verpackung ist etwas Besonderes. Das Fleisch und die Beilagen sind trennt, damit alles den eigenen Geschmack behalten. Die Midele Menü sind ungekühlt mehrere Monate haltbar und wenn sie für sich oder wenn überraschend Besuch kommt, schnell ein komplettes Menü machen, die Schalen im Wasserbad oder im Mikrowellenherd, heiß werden lassen, anrichten und geniessen. Erfrischende, aber sanfte Körperpflege dank verträglichen Substanzen. Das ist die Formel der Naturell-Pflegelinien, die Sie bei Gobe bekommen. Wertvolle Kräuterextrakte machen das Duschen belebend, aber mild und sorgen für einen angenehmen, dezenten Duft. Bei den hautfreundlichen und zuverlässigen Deos kann man wählen zwischen milder Roll-On, einem extra trockenen Stick und einem erfrischenden Vaporisateur ohne Treibgas. Für das sparsame Händewaschen empfiehlt sich die naturelle Cremeseife, die die Hände nicht austrocknet und die man nachfüllen kann. Nicht nur Duschen, auch Essen kann man auf die natürliche Art. Mehr dazu weiss ich jeden Mittwochabend unsere Studioküche. Guten Abend. Nüsse enthalten besonders viel wertvolle Nährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe, aber auch Eiweiss und lebensnotwendige Fettsäuren. Darum werten Sie eine vegetarische Mahlzeit auf und passen gut zu Gemüse, wie verschiedene Köhlen, die den ganzen Winterdauer mit Vitamin C versorgen. Den Köhlen, damit er bekömmlicher wirkt, blanchieren ich zuerst. Der Rosenkohl ganz, der Rotkohl gekobelt und der wirkt zu fein geschnitten. Verschiedene Vorschläge für Salatsausten finden Sie in der Coop-Zeitung dieser Woche, wie z.B. auch diese hier mit saurem Halbrahm, Mayonnaise, Weisswässig und Milch. Gewürzt mit Salz, Senf, Paprika und geschnittenem Schnittlauch. Wie immer ersparen Sie sich sehr viele überflüssige Kalorien, wenn Sie die Zutaten abmessen. Zu diesen Salats würde ich noch ein dunkles Spezialbrot servieren und sicher hat noch ein Beerenkompott zum Dessertplatz. Morgen gibt es bei Coop wieder besonders günstige Angebote. Ein paar Beispiele davon, gerade anschliessend. Für eine lässige Party offeriert Ihnen Coop das Tolle von Du Bourguignon Set für nur 29 Franken. Und für süße Pausen bekommen Sie bei Coop alle Arnie Einzeltafeln für nur 1 Franken. Der Liter Obstsaft frisch an Presse gibt es für nur 75 Krabben. 100 Gramm Schweizer Edammer offen oder vorverpackt für nur 1,15 Franken. Und das Kilo Uva Italia Traube für nur 2,60 Franken. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot Alitam Tampflant normal oder light im Viererpack. Kostet jetzt nur 1,60 Franken. Ich bin sicher, dass Sie diese Angebote gut brauchen können und wünsche Ihnen viel Vergnügen bei mir kaufen.